Herzlich willkommen zu wieder in der neuen Folge Playing with Lauren Wir spielen heute Fortnite Und als erstes möchte ich euch sagen Dass der Tanz aufhören soll Hallo? Fortnite? Hallo? 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 Ja, okay Hallo? Dankeschön Ja, okay, nämlich Ich hab grad fast einen epischen Geholt im Scharfschützengefecht Und ich war wieder so dumm Oder ich war wieder so dumm Auf Aufnehmen zu drücken Also, ich hasse dieses Game so hart Gerade, mal wieder Und vor allem, dass mich so ein Lacker geholt hat, am Ende Ich will jetzt auch nicht mehr weiter labern Ich will jetzt einfach mit euch eine spaßige Geile Playing with Lauren Folge haben Wie es früher auch immer war Und da sag ich erstmal Zu diesen geilen Skin Du bist hot und let's go Ja, warum hab ich keine Videos gemacht Ganz einfach, ich war komplett Unmotiviert Videos zu machen Deswegen hab ich auch keine Hallo? ja hallo nein, nein 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 Erde, genommen Vorhaut, genommen Leben, genommen nice Okay. Waffe, dafür der hat auch noch eine Waffe NANI??? Wer die genommen hat? WIEW 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 Da oben, jetzt keiner killt Er ist weg Ehre genommen Vorhaut genommen Leben Geno- Wo war ein Jumperspieler? Nö, hat da oben einen Jumperspieler Als ob da oben einer war, Digga Gar nicht mehr Boah, als ob, Digga Wo ist da, Nachbar? Och Digga, baut auch nicht so viel Scheiße Das Tötelt jetzt nicht mehr rein Ja, ist gut hier Ja, ist gut Ich hab nicht mehr so viel zu bauen Egal wie es so hart ist Egal wie es so hart ist Okay Leute Ähm Ja Wie ich schon gesagt Es wird eine kurze Plane with Lauren Folge Da ich nicht so viel Zeit habe Zu schneiden und so Deswegen Ich hoffe diese Folge Plane with Lauren Hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Ciao